Yo yo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Eine Roomtour ist wieder angesagt und zwar weil mein 200 Abonnenten Roomtour weg ist. Ich weiß auch nicht warum, weil ich eine neue. Naja hier ist die Tür wie immer. Das einzige was neu dazu gekommen ist, ist diese Sportbüchse, denen ich arbeite ab Sonntag wieder. Ach schon ein paar Scheine hier drinnen. Auf jeden Fall Cash von der Street. Ja gut. Ja hier haben wir halt meine Couch, wo ich mal schlafe. Richtig cool so. Wenn man einen PC ausmacht und nicht mehr aufstehen will, kann man sich hier so hinschillen. So hinschillen ja. Peace, das bin ich. Ähm, im Genugang kann man hier so rangehen halt. Wenn man nicht mehr aufstehen will, auf PC gehen will oder so. Ja hier haben wir meine Xbox. Hier haben wir den Xbox-Controller, unterschiedlich von Apocautal Drop, Rulodiak, Saiyajin oder wie heißt. Das ist Higini. Ähm, es war Royale. Und hier war Red. War Red. Black hatte ich doch auch noch. Ne, egal. Black ist No Night. Spaß. Xbox, Beats, Verpackung, kommt schon Dings. iPhone 5, Verpackung. Ähm, ja, sonst nichts wichtiges mehr. Uh, da gehen wir weiter nach rechts. Hier ist nichts mehr. Hier war mein Fernseher. War, war ein Fernseher. Am besten nichts mehr. Nichts Interessantes. Hier bin ich jetzt. Jo, der coole Adam. Mit der coolen Höhle, oder Höhle. Höhle, genau. Höhle, ne. Auf jeden Fall, ja. Dann jetzt zu dem, was euch am meisten interessiert und zwar. Das ist mein Essen. Habe jetzt gerade McDonalds bekommen. Das ist gerade angekündigt. Also meine Höhle hat es hier umgebracht. So, damit mache ich nicht meine Mutter. Ja. Nicht meine Mutter. Nicht. Ich will sowas nur zu ihr sagen. Hier, so sieht es aus. Mein Gaming-Bereich. Habe ich gerade ein bisschen umgestellt. Ähm, hier, das ist neu. Mein Mikrofonständer. Ja. Richtig cool. 18 Euro. Nur 18 Euro. Drei Tage Lieferzeit von Amazon. Wenn ihr, ähm, alles was hier ist. Ich werde mich bemühen, wenn ich Zeit habe. Ähm, werde ich hier alles verlinken, was ich hier habe. Ja, meine Schakunen-Tastatur. Meine, ähm, Speedlink-Naus. Und hier kann man über Krass triggern. Razer-Mauspads. Creative 2.1 Box. Ne, ist eine. Das eine. Und hier ist die Bassbox. Ähm, ja. Der Bildschirm ist geblieben. Der Bildschirm ist aufgeblieben. Also der wird bald. Also ich kaufe mir hier noch so einen Tisch. Der kommt dann hier hin. Ich glaube, der kommt hier hin. Weil das wird dann schwer mit dem, ähm, Mikrofon. Also wenn ich den hole, dann kommt der Tisch hier. Und dann kommt noch ein dritter Fernseher, ähm, Monitor dahin. Ja. Gut. Ähm. Das Mikrofon wird, äh, von was waren das? Sondern natürlich mal nachschauen. Von AD Assistant. Genau. Assistant. So. Wird auch noch über Schirm verlinkt sein. Ja. Hier meine Logitech. Webcam. Ja. Ist doch eigentlich ganz okay. Ja. Haben wir noch ein Gemälde. Da ist mein PC. Ist wie immer da geblieben. Ähm. Ich glaube, das waren hier noch. Mit einem PX21-Kaufführer. Die sind jetzt hier. Also Vorrang hier. Aber ich habe, ich überlege mir, hier hinter über diese Poster zu machen. Ein Poster von Bradley Nation. Vielleicht machen wir uns eins. Also mein Onkel. Der arbeitet hier in so eine, sag ich schon mal, in der Firma von meiner Oma. Und in der Firma machen die halt sowas wie drucken Plakate aus oder solche wichtigen Sachen für, ähm, und wie heißt denn das jetzt? Da, wo man so Häuser braucht und sowas halt, ne? Ich hab gar kein Plan, wie das heißt, Mann. Ich bin so blöd. Ich bin so behindert, Alter. So behindert. Hier habe ich noch einen kleinen Pool. Richtig cool. Das ist das Haus von unserem Vermieter. Viel krass, der Typ. Der hat so viel Kohle, aber ey, der kann nicht, der macht nichts damit, Alter. Auf jeden Fall, wenn euch die Roomtour gefallen hat, dann lasst euch ein Abo da. Zurzeit haben wir, ich aktualisier mal kurz, kurz, ne? 261 Abonnenten. Und ja, Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.